Willkommen zu unserem Special zum Tiger I. Das berühmte ist der Ausstellungsstück und der einzige noch fahrbereite Panzerkampfwagen 6 Tiger im The Tank Museum Bovington wurde nun als größter Klemmbaustein Tiger I der Welt von Kobi umgesetzt. Vorstellung im The Tank Museum Bovington Am 22. April 2023 war es soweit. Am sogenannten Tiger Day Spring wurde der Kobi-Panzer offiziell vorgestellt. In The Tank Museum Bovington befindet sich die weltweit größte Sammlung gepanzerter Kampffahrzeuge. Hier können Besucher an beiden Tiger Days im Jahr den Tiger 131 in Aktion erleben. Der Tag der Produktvorstellung ist nicht zufällig gewählt. So jährt sich im April 2023 die Erbeutung des Panzers zum 80. Mal. Im April 1943 wurde der Tiger 131 in Tunesien vom 48. Royal Tank Regiment erobert. Damit war das Fahrzeug der erste intakte Tiger, der in alliierte Hände gefallen war. Es war ein wichtiger Fang. König Georg VI. und Churchill reist nach Tunesien, um den Panzer anzusehen. Anschließend wurde das Fahrzeug nach London verschifft und auf dem Paradeplatz Horse Guards Parade gezeigt. Seit 1951 ist er im The Tank Museum ausgestellt. Vor Ort im Museum war neben Brandmanager Arthur Machlowski auch der Geschäftsführer von Kobi, Robert A. Pottles. Dieser äußerte sich zufrieden und betonte, dass der 1 zu 12 Tiger eine eindrucksvolle Ergänzung in der Kobi-Familie sein werde. Das neue Modell würde die bereits vorhandenen Tiger in den 1 zu 28 und 1 zu 48 Modellen gut ergänzen. Der Tiger 1 in der Kobi-Familie Der Tiger im Maßstab 1 zu 12 wird das fünfte Kobi-Modell des Panzerkampfwagen 6 Tiger 131 sein. Sie alle sind in Kooperation mit The Tank Museum entstanden. Daneben erschienen weitere Sets, die ebenfalls den Tiger 1, aber nicht die 131 darstellen. Dies sind beispielsweise die Nummern 2538 und 2703. Im Jahr 2016 erschien mit der Setnummer 2477 das erste Set, das aus 500 Teilen besteht. Zwei Minifiguren sind mit dabei. Der Maßstab entspricht 1 zu 30. 2019 erschien das Set mit der Nummer 2519. Dieser Tiger 1 besteht aus 550 Teilen, zwei Figuren sind ebenfalls enthalten. Fünf Jahre später, 2021, wurde das Modell mit der Nummer 2556 veröffentlicht. Dieser Tiger wird im Maßstab 1 zu 28 aus 850 Teilen gebaut. Es beinhaltet eine Minifigur, und zwar die Kobi-Fans-Figur. Im letzten Jahr erschien der Tiger unter der Nummer 2710. Er besteht aus 340 Teilen und wird im Maßstab 1 zu 48 gebaut. Sonderkraftfahrzeug 181 Panzerkampfwagen 6 Ausführung E, das historische Original. Der schwere deutsche Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg ist einer der legendärsten Panzer überhaupt, der in Filmen und anderen Popkultur-Phänomenen verewigt wurde. Bereits während der Zeit des Dritten Reiches wurde das Fahrzeug in der offiziellen Erzählung zum unverwundbaren Rambock, Propaganda, die sich teils sogar negativ auswirkte. Etwa dann, wenn der Tiger seine ihm gestellten Aufgaben nicht bewältigen konnte oder seine Besatzung zu übertriebenem Selbstbewusstsein neigte. Ab 1942 wurde er im Kampf eingesetzt und konnte mit seiner starken Hauptwaffe und dem hohen Panzerschutz überzeugen. Von Nachteil war die geringe Fahrreichweite sowie die aufwendige und ressourcenintensive Herstellung und die damit verbundene Instandsetzung. Vom Panzerkampfwagen 6 gab es nur eine Variante, die Ausführung E. Man kennt ihn heute auch als Tiger 1. Mit letzterer Bezeichnung wollte man Verwechslungen mit dem Nachfolger Tiger 2, dem Königstiger, ausschließen. Details zum Set Bisher ist wohl nur der Prototyp des Modells vorhanden. Auch das Verpackungsdesign ist vorläufig. Dennoch wollen wir euch alle bisher bekannten Details verraten. Der Tiger 131 wird aus knapp 8000 Steinen bestehen und im Maßstab 1 zu 12 gebaut. Als Setnummer wurde die 2801 vergeben. Er verfügt über ein detailliertes Innenleben und einen baubaren Motor, der auch herausnehmbar sein wird. Viele neue Elemente wurden für das Set hergestellt, beispielsweise die Räder oder Ketten. Das aufgebaute Modell wiegt fast 6 Kilogramm und ist 70 Zentimeter lang. Als vollständige Maße wurden die folgenden genannt. 70 Zentimeter in der Länge, 24 Zentimeter in der Höhe und 30 Zentimeter in der Breite. Laut Kobi wird es keine große Auflage geben. Vorbestellung Am 16. September 2023, dem Tiger Day Autumn im The Tank Museum Bovington, wird das Set in den Verkauf gehen. Für 10 Tage wird es exklusiv im Museumshop erhältlich sein. Danach wird es auch im Kobi Online Shop sowie bei anderen Händlern verfügbar sein. Wer im Museumshop seine Vorbestellung platziert, bekommt neben dem Panzer außerdem ein Exemplar der Tigerfibel und eine Tasse. Die ersten 300 Vorbesteller erhalten außerdem ein exklusives nummeriertes und graviertes Metallschild von Kobi. Laut Aussage des Museums soll der Kauf dabei helfen, die Ausstellungsstücke, zu denen auch der Tiger gehört, für zukünftige Generationen zu bewahren. Der Tiger kostet in der Vorbestellung im Onlineshop des Museums 599 Pfund. Dies sind umgerechnet etwa 685 Euro. Der England kein Teil der EU mehr ist, fallen bei einer Online-Bestellung die sogenannten Einfuhrabgaben an, die sich aus der Einfuhrumsatzsteuer, Verbrauchersteuer und der Zollgebühr zusammensetzen. Für eine Bestellung des Tigers fallen schätzungsweise 187 Euro zusätzliche Kosten an. Dazu kommen gegebenenfalls Versandgebühren. Wir haben den Preis für Deutschland bereits angefragt. Sobald dieser bekannt ist, werden wir den Tiger 131 auch in unserem Onlineshop auf trendgames.de als Vorbestellung anbieten. Noch im Mai soll der Verkaufspreis für andere Händler bekannt gegeben werden. Wie hat euch dieses Special gefallen? Und welches Special wollt ihr als nächstes von uns sehen? Schreibt es uns gern in die Kommentare. Sucht ihr noch das ein oder andere Kubi-Set oder möchtet euch eins der kommenden Sets vorbestellen? Dann schaut doch mal in unseren Onlineshop auf trendgames.de. Auch haben wir noch ein neues Giveaway für euch. Und zwar passend zu diesem Special habt ihr die Möglichkeit, das Kubi-Set 2710, den Panzerkampfwagen 6 Tiger 131 in der 1 zu 48 Version zu gewinnen. Dies ist ein Dankeschön an alle Abonnenten des Steinekanals. Um zu gewinnen, seid natürlich Abonnent des Steinekanals. Gebt diesem Video einen Daumen hoch und hinterlasst einen Kommentar. Der Gewinner wird dann aus allen hinterlassenen Kommentaren gezogen. Dann kommen wir jetzt noch zum Gewinner des Kubi-Sets 2291, dem 15 cm Nebelwerfer 41 aus unserer Kubi-News Nr. 45. Und gewonnen hat. John McLean. Er hat geschrieben, also sollte das mit dem Tiger stimmen, wäre ich sofort dabei. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schreibe mir noch eine E-Mail an info-at-steine-kanal.de, damit ich weiß, wohin ich den Gewinn senden soll. Soweit zu unserem Special. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen, bis zum nächsten Video, auf Wiedersehen.